Wir machen Päckner. Oh, jetzt fällt deutlich. Dann ging es raus. Wenn es ein bisschen nass gewesen wäre, wäre es schöner. Dann schraubt er dich so. Und hier hat er mit dem Suzuki den abgesorgen. Der ist hier noch reingefahren. Er kam dann aber durch. Oh, um Gottes willen. Ja, die Spuren sind jetzt tiefer geworden. Dann kommst du gar nicht mit dem Wetter. Nein, jetzt nicht mehr. Wenn jetzt hier die falsch erwischt, dann müssen wir das Telefon nehmen. Weil wir dann auch festsitzen. Aber hier kriegen wir dreckige Reifen vielleicht. Können wir sagen, wir waren im Dreck. Nee, da weiß ich jetzt nicht allein, wo es hingeht.